das nennt man tetris spielen bei der familie bernhardt vor allen dingen der herr bernhardt kann das gut mit dem tetris da kommt noch morgen die reisetasche hin also mal schauen wie es morgen ist uns ist gerade eingefallen wir könnten ja mal filmen wie wir das aufbauen da am auch so viel spaß Bis zum nächsten Mal.